Untertitelung des ZDF, 2020 Rot bedeutet, der Strom ist teurer. Im Moment ist der Preisunterschied so, dass der Billigstrom für 15 Cent pro Kilowattstunde mir angeboten wird. Und in der Hochpreisphase sind es doch immer 25 Cent. Weil der Strom jetzt in den nächsten beiden Stunden günstig ist, wollen die Niesners die Zeit nutzen und Wäsche waschen. Seit sie beim Versuchsmodell mitmachen, gehen sie bewusster mit der Energie um. Ihr Gefrierschrank kühlt eigentlich automatisch nur dann, wenn der Strom gerade billig ist. Im Notfall springt er auch in teuren Zeiten an. Diese Box schaltet den Strom an und aus. Den Befehl dafür erteilt der Energiebutler. Im Moment kann man hier sehen, bei dem grünen Blinklicht, der Gefrierschrank wird im Moment nicht gekühlt, weil die Temperatur ausreichend ist. Wenn das dann umschaltet auf grünes Dauerlicht, dann hat der Energiebutler bemerkt, über einen Temperaturfühler, dass die Temperatur zu weit angestiegen ist und er muss wieder kühlen. Angetrieben wird der Gefrierschrank aus 100 Prozent Solar- und Windkraft. Mit den regenerativen Energiequellen steht und fällt das ganze Pilotprojekt in Mannheim. Scheint die Sonne, weht der Wind, hat der Kunde einen günstigen Preis. Dann sorgt der Energiebutler dafür, dass der Kühlschrank, Waschmaschine, Spülmaschine angeschaltet wird. Haben wir keinen Sonnenschein, weht der Wind nicht, dann ist der Preis teuer und der Energiebutler sorgt dafür, dass der Kunde das auch weiß und dafür sorgen kann, zu diesem Zeitraum möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das ist umweltfreundlich und zukunftsweisend, sagen die Stromexperten von Verivox. Also wir finden das Projekt in Mannheim positiv, weil es in die Zukunft der Energieversorgung weist. Es gibt drei Komponenten, die notwendig sind für ein intelligentes Stromnetz der Zukunft, ein intelligenter Zähler, zeitabhängige, günstige, variable Tarife für den Endverbraucher und eben eine intelligente Haussteuerung, beispielsweise der Energiebutler. Herzstück des Mannheimer Pilotprojekts ist dieser Server. Er steht in einem Trafo-Häuschen in der Nähe der Versuchshaushalte. Von diesem Server bekommt der Kunde seine Preisinformationen für den nächsten Tag und in der Gegenrichtung liest der Server den Zähler des Kunden aus, damit wir wissen, wann der Kunde wie viel verbraucht hat. Seinen Verbrauch kann Gerhard Niesner dann im Internet genau einsehen. Und dort steht auch, welche Geräte vom Energiebutler gerade gesteuert werden. Also ich kann erstens den Gerätefahrplan mir anschauen, wann der Energiebutler welches Gerät anschaltet. Ich kann auch kontrollieren, welchen Verbrauch das ich habe und welche Kosten mir entstehen. Der Energiebutler schaltet die Spülmaschine der Niesners alle zwei Tage automatisch um 21 Uhr an, wenn der Strom gerade billig ist. Bisher machen 200 Versuchshaushalte in Mannheim mit. Schon bald sollen über 1000 dazukommen.